Ich habe meinen Teil der Vertragsbedingungen erfüllt. Jetzt sind Sie dran. Und damit das klar ist, ich bestehe auf meinen Anspruch. Außerdem hauche ich nicht. Dann ist das jetzt der Zeitpunkt, um damit anzufangen. Raus! Rudolf? Nein, es ist der Freund Paul, der es hinter ihrem Rücken mit ihrer Nachbarin gemacht hat. Das kenne ich nicht. Sie sind nicht Mandy? Nein, wieso? Dann haben wir uns wohl geirrt. Mandy ist nicht da und es sieht so aus, als ob Paul erst mal damit genug zu tun hat. Bis zum nächsten Mal in Liebe heisst Verzeihung. Eure Coco. superheroes. anzكون. belli. Beide. 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 Cuban. Vielen Dank.